okay wir können auf jeden fall sehr viele verschiedene gegenstände finden das fährt mir mal direkt auf was haben wir hier wandgemälde untersuche die wandgemälde um ihre alten dialekte zu verbessern untersuchen sie entschuldigung ja heißt das also dass wir selber die sprache erlernen müssen wahrscheinlich oder ich glaube da habe ich irgendwas mal in so einem vorstellungsvideo von shadow gesehen dass wir quasi durch diese wandgemälde unsere eigenen das war doch in rice auch schon so oder ja klar in rice konnten wir doch auch durch wandgemälde und so was unsere sprachkenntnisse verbessern ja elf prozent herz der schlange darstellung einer reise der maya mit dem seil ziehen das machen wir gleich erstmal hier die inschriften auf diesem maya monolithen sind unleserlich geworden na super und da kamen wir ok mehr können wir nicht machen schade aber ihr merkt schon wir müssen die augen offen halten ich will unbedingt diese sprache mitnehmen also diese sprache und geschichten ob wir einfach nur darauf schießen und der rest passiert automatisch alles klar der wurde mal aufgespießt ey au ei 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 auf fünf todesflöten schnitzereien schießen ja da habe ich jetzt natürlich hier nicht drauf geachtet ist hier auch schon irgendwo eine todesflöten schnitzerei wir haben also auch wieder diese kleinen sammelaufgaben die auch in den vorgängern schon vorhanden waren ok hallo ich scheine auf jeden fall als erster hier zu sein die heimat vieler fledermäuse offensichtlich ei 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 ok wilze da kann man durchtauchen glaube ich 2 von 5 und was sehe ich denn da ein leuchten wenn das mal kein artefakt ist ein fähigkeitspunkt verfügbar ok nach oben kommen wir gar nicht schwimmen oh sieht das wasser schön aus was ist das hier Senna gelbfarbiges Rietgras welches unter wasser gefunden wird verbessert die konzentration ok ich muss ein bisschen auf dem sauerstoff achten ich muss ein bisschen auf dem sauerstoff achten wir nehmen mal alles mit was wir finden können ist das da eine kamera vorne ich glaub schon ne hat sich ne kleine kamera dabei ne gopro wahrscheinlich ich bin ein bisschen verwirrt darüber dass wir hier nirgendwo hoch kommen aber ich denke mal dass wir gleich noch irgendwie auf diese höhere etage kommen erstmal tauchen erstmal tauchen oh ne bitte nicht muräne oder hau ab äh atmen alter da hab ich mich jetzt ein bisschen erschrocken los beeil dich ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße Ah, jetzt wäre so der Moment, wo ich sagen würde, Jonah, hol mich hier raus, es ist vorbei, ich, äh, ich arbeite lieber im Büro, keine Ahnung. Es gibt hier extremst viele Leichen, das war irgendwie ein Friedhof oder sowas. Oder halt ein Gefängnis, in dem sehr viele gestorben sind. Ja, ja. Billende Ausrüstung, für den weiteren Fortschritt ist das verstärkte Messer erforderlich. Ja, das haben wir natürlich nicht. Hei, 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 hei. Laura, Laura. Nein! Oh mein Gott. Ja, das hätte ich kommen sehen müssen. Das sieht tödlich aus. Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Wow. Das ist nicht gut. Ara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merke es, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe auf zur Spitze. Ja, das machen wir sofort. Wenn ich abgecheckt habe, dass hier nirgendwo was ist, was wir übersehen können. Oh mein Gott. Oh. Was denkt Trinity denn schon wieder? Dass die hier alles wegsprengen können und dann alles noch ganz ist oder was? Ich verstehe das gar nicht. Die wollen den Tempel finden und sprengen sich den Weg frei. Das ist so, als würde ich jemanden umbringen, den ich unbedingt treffen möchte. Das eine schießt das andere so ziemlich aus. Was ein Schwachsinn. Sieht schon mega hübsch aus. Wir haben Jonah schon mal gerettet, wenn ich mich noch erinnern kann. Am Ende von Ryze. Das soll bitte nicht nochmal passieren. Ja. Okay, war jetzt aber auch relativ einfach, herauszufinden, was zu tun ist. Was ist das hier? Golderz. Verkaufen Sie Golderz an Händler. Kein Crafting-System für Gold. Schade. Man knarzt hier alles los, das ist richtig eklig. Boah. Ich kann bitte nicht alles einstürzen, während ich noch auf den Ebenen draufstehe. Oh je, da oben wollen wir hin. Wie, da unten ist ein Artefakt oder sowas. Wie kommen wir da denn hin? Ah. Hoch. 22 Prozent. Wird immer besser. Ein Steinerbrieb über den Tempel des Mondes. Okay. Boah. Ja, ich entferne mich immer mehr von dem Artefakt, das da hinten war. Wie soll ich denn da hinkommen? Okay, das Ding hier muss wahrscheinlich weggeräumt werden, ja. Dann nehme ich mir das hier mit. Dankeschön. Das kann ich kurbeln. Und kurbeln. Okay. Ah, hier. Ah, okay. Muss man erst mal sehen, den Wagen, ne? Okay, Wagen runter. Einmal den Wagen hochkurbeln. Und losschneiden. Okay. Das eine Artefakt unten, das habe ich jetzt nicht, ne? Das ärgert mich ein bisschen. Ah, voll hübsch. Ob es so Ruinen wohl wirklich gibt, bestimmt, oder? Wer weiß, wie viele von so Ruinen man echt noch nicht entdeckt hat. Top, genau das wollte ich. Äh, ja. Erst mal hier. Selbstverständlich. Äh, das ist ja vollkommen logisch, dass ich jetzt, äh... 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 Nein, nein, nein! Ach, come on! Warum kann die sich denn nicht an Kanten hängen? Laura, Laura. So, okay. Moment mal. Wir müssen mal logisch überlegen. Ist ja kein Katsch machen. So, also wir sind hier und wir wollen da hinten hin, an die Spitze der Pyramide. Da können wir uns dranhängen. Da oben geht's doch lang, da bin ich doch gerade hochgeklettert. Ja. 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 Hab ich doch gerade gemacht, oder nicht? Okay. Egal. Ah, ich hab doch gedrückt! Oh je, ich merk schon, die Spitze der Pyramide ist die Pyramide des Todes. Okay, alle guten Dinge sind vier. Okay. Geschafft's. Jonah. Ja, ich hör' dich. Jonah, hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet, die silberne Schatulle von Ixtchel. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami. Ein Sturm. Ein Erdbeben. Ein Vulkanausbruch. Soviel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Joana, ich hab einen Dolch gefunden. Und da ist eine Endschrift. Der Schlüssel zu X-Chels Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Lara, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Was hab ich getan? Scheiße. Jonah, geh weiter rauf. Oh nein, du hast ihn genommen, oder? Schnell. Äh, da stand, dass der die Säuberung einleitet, Lara. Was hast du getan? Das kannst du dir selber beantworten. Dominguez und mehr Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir suchen. Oh nein, das wäre die Überladung. Ja, deshalb legen wir auch Verstärkung. Ja, ich hab's gehört, okay? Dominguez kommt heute Abend. Schon klar. Ich sage, der Regen wird alles überprüfen. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überprüfe gerade die Pumpe. Okay. Eieieiei. Antworte endlich. Bist du schon fertig mit der Pumpe? Ja, die Pumpe läuft. So, wegen uns überflutet jetzt alles hier, oder was? Jetzt ist keine Zeit für Spielchen, Blödsinn. Komm und hilf mir mit der Beleuchtung. Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Was da wohl drin sein mag? Weiß ich nicht. Aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rourke eintrifft. Wir sind bereit. Okay, wir versuchen natürlich alles stealth zu machen. Im Idealfall klappt das auch. Verdammt. Ach, keine Sorge. Krieg ich hin. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Inspektoren kommen. Bereit machen. Fast geladen. Verstanden. Ich checke das mal. Ach, du Schein. Hat sehr gut funktioniert. Ich dachte, ich hätte länger warten müssen wahrscheinlich, ne? Die sind nicht ganz so doof, die Gegner, wie ich dachte. Gut. Medikids enthalten Medizin, um die Heilung zu unterstützen. Hier haben wir nichts mehr. Okay. Also immer schön abwarten, bis die aus unserer Reichweite rausgegangen sind. Wir haben einfach die Arbeiter getötet. Ernsthaft? Ich muss schnell sein. Okay. Entsorgen wir die Leichen. Du, hörst den Polizeifongang. Sag Bescheid, wenn die Schüsse gemeint werden. Wurrung und die Verstärkung sind unterwegs. Alles muss bereit sein, wenn sie eintreffen. Scheißarchäologen. Wir haben schon ewig versucht, unser Vorhaben zu tropidieren. Das haben sie jetzt davon. Hoffentlich war es das wert. Richtig. Die Arschlöcher waren zu neugierig. Basislager. Hier ist Gamma-Leader. Wo bleibt die Verstärkung? Da drinnen. Ich hab hier was. Macht euch kampfbereit. Du wirst rein gar nichts ändern. Das ist dir klar, oder? Oh je, Mini. Okay, die merken auf jeden Fall, wenn ich auch in ihrem Rücken Leute umbringe. Da muss ich auf jeden Fall viel vorsichtiger sein. Noch klappt das später bestimmt nicht mehr. Der tote Arbeiter. Elikopter immer gehasst. Scheiße, da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Ich hab hier so viel Ärger. Halt. Moment. Ich hab das aufzugeben. Wir sind falsch. Hoffentlich waren das alle. Hoffentlich. Ei, ei, ei. Jetzt kommt aber alles, ne? Die Schießanlage, die Klettereinlage. Meine Güte. Jetzt, meinst du, hast du es auch schleichend machen können komplett? Ich glaube nicht. Okay. Runter. Und dann noch einmal schnell die ganzen Leichen plündern hier. Okay. Weiß Trinity denn jetzt definitiv, dass wir hier sind? Oder denken die wirklich, die evakuieren hier gerade noch alles? Also ich glaube, eigentlich müsste das jetzt durchgedrungen sein, oder? Da ist sie. Stopp. Tut dir nichts. Ich hatte gehofft, wir treffen uns anderweitig. Ich interessiere mich. Ich interessiere mich schon lang für deine Arbeit. Wie von Trinity zu erwarten war. Der Schlüssel von Chuck Jell. Mein Leben lang habe ich danach gesucht. Wo ist die Schatulle von Chuck Jell? Gib sie mir. Sie ist an einem sicheren Ort. Du hast sie nicht? Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche. Gewalt. Und ohne all das hier, aber ohne die Schatulle, droht die Apokalypse. Das wird der Tod der Sonne. Du lügst. Lara. Du hast es gespürt, oder etwa nicht? Erdbeben sind normal. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Du hast das doch auch gemacht. Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Apokalypse ausgelöst. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Die Säuberung hat begonnen. Jetzt liegt es an mir allein, sie zu stoppen, bevor es zu spät ist. Sie müssen zu spät ist. Ja. Oh, oh, oh. Oh mein Gott, okay. Na, come on. Alter, die sind alle tot. Okay, wir hätten den Dolch definitiv nicht nehmen sollen. Ich wiederhole, Dolch nicht nehmen. Aber mit einer Schattur, da hätte es geklappt, oder was? Nur weil uns der zweite Gegenstand gefehlt hat, ist das alles schiefgegangen. Na, super. Oh mein Gott. 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 Er ist auf der Hand. Nein! Oh! Oh! Ow! 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 Nein! Ow! Die rutscht aber auch über die Oberfläche, als wäre das Glatteis, ne? Katastrophen-Rezept! Die Flut überleben! Na, überlebt haben wir die noch nicht, oder? Nein! Nein, nein, nein! Nicht bewegen! Ich will nicht loslassen! Ich will nicht loslassen! Mama! Mama! Ich will nicht loslassen! Nein! Verdammt! Scheiße! Ernsthaft? Hätte ich das ändern können? Nee, oder? Ja, sorry, ich bin jetzt gerade hypnotisiert wegen dem Kind. Das hat mich jetzt gerade hypnotisiert. Alter, was hat Laura angerichtet? Wir haben einfach die ganze Stadt zerstört! Schatz! Nein, nein, nein! Doch, doch, doch! Bei dich einfach! Boah! Nein! Ich will nicht! Ich will nicht loslassen! Nein! Ich will nicht loslassen! Nein! Verdammt! Scheiße! Oh mein Gott. Was haben wir getan, verdammt? Jona! Jona! Lara! Ich hab mir Sorgen gemacht. Das ist schiefgegangen. Schlimmer noch. Was meinst du? Dominguez, er hat jetzt den Dolch. Er hat ihn sich geholt. Nach allem, was mein Vater durchgemacht hat, lasse ich zu, dass Trinity einfach so den Dolch kriegt. Er wird mit dem Dolch und der Schatulle die Welt von Grund auf erneuern. Wie wird er sie erneuern? Keine Ahnung. Er sagt, er will Sünde und Schwäche ausrocknen. Ein Mann wie er, wir müssen ihn aufhören. Ich bin an Atem schuld. Wir finden einen Weg, okay? Versprochen. Nein, 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 nein. Wir müssen vor Trinity die verborgene Stadt finden und die silberne Schatulle. Okay. Aber zuerst bringen wir die Menschen hier in Sicherheit. Dann kümmern wir uns um den Rest. Nein, niemand ist in Sicherheit. Nicht, wenn ihr die silberne Schatulle kriegt. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Du bist die Einzige, die war's. Woher weißt du, dass du das alles warst, Lara? Diese Welt dreht sich um viel mehr als um dich. Diese Menschen brauchen uns hier. Wir können jetzt etwas Gutes tun. Abgesehen davon, was haben wir schon groß in der Hand? Ein Rätsel? Wir brauchen ein bisschen mehr als rosa Fisch und silberne Kronen, wenn wir diese Stadt finden wollen. Ich muss diesen Menschen helfen. Dann besorge ich ein Flugzeug. Ich bin ein Flugzeug. Äh, ist Lara jetzt ein Held oder ein Anti-Held? Ich bin ein bisschen unsicher. Ach du Scheiße. Ich muss sagen, es fesselt aber. Meine Güte. Okay, es geht weiter. Amazonas, Peru. Oh, schön. Monas, Peru. Oh, schön. Ich bin... dass wir nach einem Vulkanausschau halten müssen. Die Silberkrone ist wahrscheinlich ein Wolkenband. Die ganze Zeit muss ich an diese Menschen denken. Sie haben alles verloren. Das Rätsel lautet Verfolge das Schlangenherz bis zum Berg mit der silbernen Krone, wo die Zwillinge sich finden. Ich frage mich, was die Zwillinge sind. Der Sturm sieht übel aus. Es ist nur ein bisschen Regen. Wir konzentrieren uns auf den Berg mit Wolken. Ein Berg mit Wolken. Wenn wir ihn finden, woher wissen wir, dass er es ist? Bauchgefühl, denke ich. Andere Hinweise haben wir nicht. Der Wandmalerei nach kommen noch mehr Katastrophen. Am besten helfen wir den Menschen, wenn wir die Katastrophen und Trinity aufhalten. Okay. Aber können wir ganz sicher sein? Jonah, während ich vorhin den Dolch in der Hand hielt... Du meinst das Beben vor dem Tsunami? Mehr als das. Es erschien mir, als hätte ich etwas erweckt. Ich weiß, das klingt völlig unrealistisch und ist schwer zu glauben, aber ich bitte dich, mir zu vertrauen. Wir müssen einander vertrauen. Hey, da drüben ist vielleicht was. Wirklich? Was ist es? Der Sturm gefällt mir nicht. Versuchen wir es morgen nochmal. Wir sind schon so nah dran. Trinity würde sich davon auch nicht abhalten lassen. Miguel, kannst du irgendwo lang? Ja, ich kann euch bei Corbac Jaco absetzen. Dann los. Ja. Dann los. Das ist ja so, das ist ja so. Das ist ja so. Okay. Das ist ja so. Und jetzt können wir es gleich her. Und damit schließt sich der Kreis. Habe ich jetzt das verstanden? Okay. Oh, okay. Oh, okay. Das war ja vorher und jetzt sind wir wieder zurück in dem Flugzeug gewesen. Jetzt habe ich es verstanden. Oh mein Gott. Okay, Leute. Wir haben mal eben den Untergang der Welt ausgelöst und müssen den jetzt irgendwie verhindern. Und das Ganze auch noch vor Trinity, vor Dominguez. Das wird ja spannend. Mein Gott. Ei, ei, ei. Okay, und Jonah ist auch nicht mehr da. Miguel ist tot. Unser guter Pilot. Na, super. Okay, wir machen eine erste kleine Pause. Also, ich bin gefesselt und ich denke mal, ich werde heute auf jeden Fall noch einmal aufnehmen. Also, ich finde es sehr geil. Die eineinhalb Stunden haben dich sehr schnell spielen lassen und ich freue mich schon, wenn es weitergeht. Vor allen Dingen, es ist einfach so, ich weiß ja auch nicht, es spielt sich so lückenlos. So, man kommt von Event zu Event, von Szene, von Szenario zu Szenario und will gar nicht aufhören so richtig. Müssen wir aber jetzt, ne, wie gesagt, Tonkontrolle und so weiter und so fort. Und ich habe auch ein bisschen Hunger. Beim nächsten Mal geht es ja weiter in Peru. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal mit Shadow of the Tomb Raider. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.